Excel ist aber nicht zum Kopieren und Einfügen da, sondern zum Rechnen und deshalb klicken wir jetzt auf unser nächstes Datenblatt namens Rechnen und wollen uns der eigentlich wichtigen Funktion von Excel widmen, nämlich dem Berechnen von Daten aus anderen Daten. Wir haben hier so ein paar Aufgabenstellungen angegeben, die wir jetzt mal mit Excel ausrechnen sollen. Gehen wir mal die erste Berechnung an, nämlich 3 plus 4. Wir klicken dazu die Zelle C11 an und können jetzt unsere Berechnung eintragen. Jede Berechnung in Excel beginnt normalerweise mit dem Gleichheitszeichen. Wir drücken also die Umschalttasten zum Großschreiben und dann die Taste 0. Das wird unser Gleichheitszeichen und wir sehen, sobald wir irgendetwas drücken, setzt Excel automatisch den Cursor in die Zelle, trägt das Zeichen, das wir auf der Tastatur gedrückt haben, in diese Zelle ein und wir können weiterschreiben, zum Beispiel das hier. Natürlich ist das jetzt nicht das, was wir eintragen sollen, also lösche ich das mal wieder und gebe stattdessen die Berechnung 3 plus 4 ein. Das funktioniert genauso, wie man es erwartet. Wir tippen nämlich 3 plus 4 und drücken dann die Return- oder Enter-Taste. Wir sehen, Excel berechnet den Wert automatisch und setzt den Auswahlrahmen für die aktive Zelle auf die nächste Zeile. In dieser nächsten Zeile sollen wir 57 plus 40 rechnen. Dazu gebe ich wieder das Gleichheitszeichen ein. Excel springt automatisch in diese Zelle, aktiviert den Cursor und ich kann eintippen 57 plus 40. Nächste Berechnung, 23 minus 67, auch das werdet ihr wahrscheinlich jetzt problemlos selber hinbekommen. Wir geben ein 23, drücken dann das Minus auf der Tastatur, geben dann ein 67 und es kommt ein minus 44 dabei heraus. 90 minus 34 ist für uns alle kein Problem mehr. Wir tippen die 90, dann die Minus-Taste und dann die 34. So einfach ist das. 56 mal 6 geht auf die gleiche Weise. Wir drücken das Gleichheitszeichen, geben ein 56 und brauchen nun das Malzeichen. Das Malzeichen, das bekommen wir, indem wir die Umschalt-Taste drücken und dann die Plus-Taste. Das erzeugt das Malzeichen. Jetzt die 6 und wieder Return-Taste und wir haben die 336 ausgerechnet. Nächste Berechnung sind 12 mal 47. Wieder das Gleichheitszeichen 12 mal 47. Return, das war's. Und schließlich sollen wir noch teilen. Und dieses Teilen, das geht ebenfalls ganz einfach. Zum Beispiel für 67 durch 5, wo wir zunächst wieder das Gleichheitszeichen eingeben, dann die 67. Dann brauchen wir den Schrägstrich, dazu drücken wir die Umschalt-Taste und die Taste 7. Dann die 5 und wieder die Return-Taste und wir haben es ausgerechnet. Bevor wir weitermachen, lasst uns kurz schauen, was passiert, wenn wir das Gleichheitszeichen vergessen hätten. Ich gebe einfach mal ein 30 durch 89 und sehe, da steht einfach 30 durch 89. Excel versteht nicht, dass wir ausrechnen wollen, weil wir das Gleichheitszeichen vergessen haben. Das Gleichheitszeichen ist also eminent wichtig, weil nur das Gleichheitszeichen Excel sagt, Achtung, das was jetzt kommt, soll eine Berechnung sein. Was ich nun tun kann, ist den Wert gleich 30 durch 89 neu in diese Zelle einzugeben. Dazu aktiviere ich diese Zelle wieder und tippe einfach das Gleichheitszeichen und wir sehen, dass all das, was vorher in dieser Zelle gestanden hat, gelöscht wird. Jetzt könnte ich gleich 30 durch 89 neu eingeben. Aber stellen wir uns mal vor, wir hätten in dieser Zelle eine riesige Berechnungsformel eingegeben, bei der es extrem lästig wäre, wenn wir sie nochmal eingeben würden. Natürlich ermöglicht Excel auch das. Wir müssen nicht überschreiben, sondern wir können natürlich auch einen in der Zelle vorhandenen Wert abändern. Um das zu tun, drücke ich die Escape-Taste. Ich habe gesagt, Escape gedrückt, heißt, es ist nichts passiert. Alles ist wie vorher in der Zelle steht, 30 durch 89. Um nun in diese Zelle hineinzugehen, klicken wir doppelt auf sie und wir sehen, dass Excel jetzt unseren Cursor in die Zelle hineinsetzt. Und nun können wir an den Anfang der Zelle gehen und das Gleichheitszeichen nachtragen und Return drücken. Die Neugierigen von euch, die haben wahrscheinlich schon geschaut, was passiert, wenn wir auf eine Zelle, in der wir eine Berechnung durchgeführt haben, draufklicken. Zunächst mal scheint sich nichts zu ändern, aber wenn ihr mal hier oben an den Bildschirmrand schaut, dann seht ihr dort, dass da steht gleich 30 durch 89. Das ist ein ganz wichtiges Verhalten von Excel. Denn während Excel in den Zellen des Datenblattes immer das Ergebnis einer Berechnung anzeigt, wird hier oben die Formel eingeblendet, die gerade in der Zelle steht. Gehen wir also mal auf unsere allererste Berechnung zurück, aus der die 7 entstanden ist, dann sehen wir, dass hier oben unsere eingegebene Formel gleich 3 plus 4 steht. Wollten wir diese Berechnung abändern, machen wir wieder einen Doppelklick auf die Zelle und könnten nun die Zahlen darin verändern. Escape und die Veränderung tritt nicht in Kraft. Statt einen Doppelklick auf die Zelle auszuführen, könnten wir auch hier oben in den Bereich der Formel hineinklicken und dort unsere Veränderung durchführen. Das Ergebnis wäre dasselbe und auch hier wieder Escape drücken und es ist nichts verändert. Und schließlich wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn wir versuchen, eine Berechnung durchzuführen, die zu einem Fehler führen muss, nämlich indem wir durch 0 teilen. Wir geben also ein gleich 25 geteilt durch 0 und drücken die Return-Taste. Und wir sehen, dass Excel nun in dieser Zelle einen abstrusen Text anzeigt, Diff 0. Das ist eine sogenannte Fehlermeldung. Wir werden solche Fehler vermutlich noch öfter sehen und können uns merken, sobald Excel eine Berechnung nicht durchführen kann, weil wir dort einen Fehler gemacht haben, wird eine Fehlermeldung in der Zelle angezeigt. Diese Fehlermeldung beginnt immer mit diesem Lattenzaunzeichen hier und dann kommt der Text der Fehlermeldung. Diff 0 bedeutet dementsprechend, dass wir versucht haben durch 0 zu teilen. Ich gehe in unserem Excel-Fenster mal ein bisschen nach unten und wir machen es etwas komplizierter, nämlich mit mehr als nur zwei Zahlen und gleich auch noch mit Klammern. Die erste Berechnung, das können wir alle leisten. Wir geben ein gleich 3 plus 9 mal 7. Ergebnis ist 66. Wollten wir diese Zahl ändern, das kennen wir bereits, klicken wir doppelt auf diese Zelle und sind in der Zelle drin. Und wenn wir nichts ändern wollen, dann drücken wir einfach Escape. Jetzt sollen Klammern gesetzt werden, also machen wir das mal. Ich gebe ein gleich Klammer auf. Die Klammer auf bekommen wir über die Umschalttaste und die 8. 3 plus 9 Klammer zu mal 7. Die Klammer zu erreichen wir über Umschalttaste und 9. Ich drücke return und Excel berechnet Klammersetzung richtig. Nächste Berechnung soll sein, gleich Klammer auf 22 minus 11 Klammer zu geteilt durch 12 plus 4. Wieder berücksichtigt Excel die richtige Klammersetzung. Nun wollen wir berechnen, gleich 22 minus 11 geteilt durch Klammer auf 12 plus 4 Klammer zu. Und das gibt natürlich ein anderes Ergebnis. Und schließlich wollen wir Klammer auf 22 minus 11 Klammer zu geteilt durch Klammer auf 12 plus 4 rechnen. Die nächste Berechnungsform, die wir uns in Excel anschauen wollen, das ist das Potenzieren, also eine Zahl hoch eine andere Zahl zu rechnen. Das tun wir, indem wir tippen gleich, dann die Basis, also hier die 9 und nun brauchen wir das Excel-Symbol für hoch, also hoch 5. Und das ist das kleine Dach, das ihr auf der Taste unterhalb der Escape-Taste findet. Ich drücke also diese Taste einmal und sehe, es passiert gar nichts. Das ist eine kleine Besonderheit dieser Taste, denn dieses Dach, das sieht man nicht sofort, sondern es wird erst angezeigt, wenn wir die nächste Taste drücken. Ich drücke also die 5 und wir sehen, das Dach wird jetzt automatisch eingeführt. Also return und es wird das Ergebnis angezeigt. Dann wollen wir 10 hoch 16 rechnen. Ich tippe wieder 10, drücke dann das Dachzeichen und dann die 16 und return. Das ist schon eine so große Zahl, dass Excel auf die wissenschaftliche Notation übergeht. Dasselbe dürfte bei 70 hoch 24 passieren. Auch da gibt es die wissenschaftliche Notation. Jetzt versuchen wir mal 3 hoch 3, das gibt natürlich 27 und schließlich 1 hoch 566. Da sollte jeder von euch wissen, was dabei rauskommt. 1 hoch irgendetwas ist immer 1 und das stimmt auch. Gehen wir mal noch weiter nach unten. Ich scrolle weiter runter. In der letzten Aufgabe auf diesem Datenblatt widmen wir uns den sogenannten Zellbezügen. Der Zellbezug ist das, was Excel so wunderbar macht. Das ist der Grund, warum viele Menschen Excel so sehr mögen. Und das ist ebenfalls der Grund dafür, warum das Anfertigen von Einkaufslisten in Excel ein absolutes Sakrileg ist und die Excel-Programmierer jedes Mal einen Stich in die Seite bekommen, wenn irgendwo auf dem Planeten genau das passiert. Was sind Zellbezüge? Nun, über Zellbezüge können wir uns Werte aus anderen Zellen in die aktuelle Zelle hineinholen. Ich soll nun 3 plus 5 rechnen. Wenn ich das so machen würde wie gerade, dann könnte ich eingeben gleich 3 plus 5. Aber das ist relativ unwitzig, denn diese Berechnung können wir mit jedem Taschenrechner durchführen. Viel spannender ist es, und dazu lösche ich diese Berechnung mal wieder, wenn wir uns die 3 aus dieser Zelle hier holen könnten und in unsere Berechnung einfügen. Das können wir tun. Und zwar indem wir einfach mit der Maus auf diese Zelle klicken. Was Excel dann tut, ist den Namen der Zelle, nämlich B48, in die Formel aufzunehmen. Jetzt können wir das Pluszeichen drücken und können dann auf die Zelle D48 klicken. Das ist die Zelle mit der 5 darin. Und wenn wir jetzt Return drücken, dann steht da das Ergebnis 8. Machen wir das mal für die nächste Berechnung. Ich drücke wieder das Gleichheitszeichen, klicke wieder mit der Maus auf die 7. Dann drücke ich das Minuszeichen und klicke dann mit der Maus auf die 4 und drücke Return. Da kommt 3 dabei raus. Wir müssen dieses mausbasierte Rechnen nicht unbedingt tun. Ich kann auch das Gleichheitszeichen drücken und dann den Namen der Zelle, mit der ich rechnen möchte, von Hand eingeben. Die Zelle, mit der ich rechnen möchte, ist hier die Zelle B50. Also tippe ich einfach B und ignoriere dieses Fenster, das da jetzt erscheint. Dem widmen wir uns später, sondern gebe stattdessen die 50 ein. Und wir sehen, Excel hat automatisch den Zellbezug eingefügt. Dann das geteilt durch Zeichen und ich drücke D50 und sehe, auch hier ist ein Zellbezug entstanden. Jetzt Return und das war es. Die Berechnung wird ausgeführt. Ich mache das nochmal. Ich gebe das Gleichheitszeichen ein. Jetzt gebe ich B51 ein. Auch hier entsteht automatisch der Zellbezug. Excel macht diesen Zellbezug sichtbar, indem es die gewählte Zelle umrandet. Jetzt gebe ich das Malzeichen ein und gebe D51 ein. Und auch diese Zelle wird nun von Excel markiert, sodass Excel mir sichtbar macht, welche Zellbezüge denn in dieser Formel angegeben sind. Auch mit dem Potenzzeichen geht das natürlich. Ich kann rechnen, 5 und jetzt benutze ich mal wieder die Maus, hoch, ich drücke unsere Dachzeichen und drücke jetzt auf die 2. Moment mal, das wollten wir nicht. Wir haben doch gerade das Dachzeichen gedrückt. In der Tat, ich kann im Excel-Blatt rumklicken, wie ich möchte. Das Dachzeichen will und will nicht entstehen. Das liegt daran, dass das Anklicken einer Zelle für Excel kein Hinweis darauf ist, dass es das gedrückte Dachzeichen auch wirklich einfügen soll. Um das Dachzeichen einzufügen, müssen wir entweder die nächste Zelle von Hand eingeben, also zum Beispiel, indem ich jetzt das D drücke, woraufhin wir sehen, dass das Dachzeichen nun endlich eingefügt worden ist und wir dann den Rest des Zellbezugs, nämlich die 52, als Zeilennummer auch noch eingeben können. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, das Dachzeichen einzufügen. Ich lösche dazu mal unseren Zellbezug und das Dachzeichen wieder und drücke jetzt noch einmal die Dachtaste. Um dieses Dach auf jeden Fall immer zuverlässig einzufügen und trotzdem mit der Maus arbeiten zu können, können wir nach dem Druck auf die Dachtaste einfach die Leertaste drücken. Dann wird das Dachzeichen immer automatisch und sofort eingefügt und wir können mit der Maus weiterarbeiten. Ich drücke Return und kann nun die nächste Formel eingeben. In diesem Zellbezug, da sind Klammern eingefügt, also drücken wir das Gleichheitszeichen, 3 mal Klammer auf 7 minus 4 Klammer zu und ich drücke Return und da steht eine Fehlermeldung. Warum steht da eine Fehlermeldung? Excel kann nur mit Zahlen rechnen. Dieses Klammer auf 7 und 4 Klammer zu in diesen beiden Zellen, das wird von Excel nicht als Zahl erkannt und schon gar nicht kann Excel raten, dass das Ganze tatsächlich Klammer auf 7 minus 4 Klammer zu heißen soll. Sobald in einer Zelle keine Zahl steht, kann Excel damit nicht mehr rechnen und deswegen wird dieser Fehler angezeigt. Diese Formel hier ist also nicht sinnvoll eingebbar. Wenn wir die Klammern aus den Zellen entfernen, dazu klicke ich die Zelle an, zum Beispiel in einem Doppelklick, entferne die Klammer vor der 7, klicke die Zelle mit der 4 Klammer zu an, entferne die Klammer zu, dann wird sofort die Formel ausrechenbar und Excel gibt das Ergebnis an, allerdings natürlich mit der falschen Klammersetzung. Wir wollten eine andere Klammersetzung haben, nämlich Klammer auf 7 minus 4 Klammer zu und das können wir ergänzen in der Formel, indem wir darauf doppelklicken, die Klammer auf davor setzen und die Klammer zu dahinter setzen. So hätte es sein sollen. Das ist die richtige Berechnung. Lass uns noch kurz auf eine Sache schauen, die wir bisher nicht betrachtet haben, die aber bei den Zellbezügen super wichtig ist. Ich gehe dazu mal in irgendeine unserer Zellen hinein, die wir mit Zellbezug berechnet haben, also Zelle anklicken und ein Doppelklick darauf, woraufhin Excel mir die entsprechenden Zellen farbig markiert, und wir sogar diese Farben hier bei den Zellbezügen wiederfinden. Wir sehen, der Zellbezug B49 ist in blau geschrieben und der Rahmen um die Zelle B49 ist ebenfalls blau. Also können wir sogar erkennen, welcher Zellname in der Formel tatsächlich auf welche Zelle verweist. Aber mit diesem Rahmen hier, da können wir sogar noch mehr machen. Wir können nämlich einen solchen Rahmen anfassen, indem wir den Mauszeiger direkt auf ihn positionieren, dann verändert er seine Form, dann können wir klicken, halten und den Zellbezug verschieben. Und ihr seht, dass sich mit dem Verschieben automatisch die Zeilennummer verändert. Und wenn ich nach rechts ziehe, dann verändert sich der Spaltenbuchstabe. So können wir, falls wir uns mal bei einem Zellbezug vertippt haben, relativ schnell Fehler in diesem Zellbezug ausmerzen, indem wir ihn beliebig rumschieben. Ich will aber tatsächlich 7 minus 4 rechnen und lasse den Zellbezug deshalb da, wo er ist. Return gedrückt und das Ergebnis wird wieder ausgerechnet.